Willkommen bei Sharper. Wir hier bei Sharper stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Umso wichtiger also, dass wir uns auf unsere Lieferanten verlassen können. Hier beginnt unsere Challenge mit der richtigen Planung und Konfiguration. Rital bietet optimale Unterstützung in der Konstruktion. Die Lieferung erfolgt immer termingerecht, sogar innerhalb von 24 Stunden. Wir waren sehr positiv überrascht, wie viele Gedanken sich Rital beim VX25 gemacht hat. Zum Beispiel ist die geringere Zahl der erforderlichen Ausbauteile vorteilhaft. Die Umstellung auf den VX25 hat reibungslos funktioniert. Die 20 mm zusätzliche Einbautiefe helfen uns, eine höhere Packdichte zu erreichen. Beim VX25 passen die Schienen sowohl an die horizontalen als auch an die vertikalen Rahmenteile und können von der Seite und von hinten montiert werden. Höherer Durchsatz mit weniger Fachkräften. Das hilft uns weiter. Es ist nur ein Schraubentyp erforderlich. Mit der C-Lockung können wir Montagepositionen für Ausbauteile jetzt exakt definieren. Schnellere Montage, schnelle Durchlaufzeit. Davon profitieren alle. Wir und unsere Kunden. Der VX25 ist so belastbar, dass man auch problemlos darin stehen kann. Mit dem VX25 können wir deutlich Zeit einsparen. Herausforderung gemeistert.